servus leute willkommen bei mir andrage und einer weiteren folge bff or time und heute habe immer wieder kleine hilfe geholt von unserer alten freundin nella ich bin immer wieder dabei die ist immer wieder dabei wir wollen einfach unsere freundschaft hier testen oh ja das müssen wir müssen unser zusammenhalt stärken darf ich jetzt nur wie als d benutzen ich glaube schon besonders müssen wir jetzt gleich eine schwerste level einsteigen was wir eigentlich wollen haben du weißt ganz genau ich gehe in das ding da rein ja besonders wir brauchen jetzt ein grappler und das licht jetzt erstmal genau schauen wir mal das was du dir holen kannst und alles andere sehen wir ja dann der ist da eingespült jetzt kommt da schon mal alles was sagt also siehst zum glück bin ich gleich hin ich glaube ja ist ja auch gut so jetzt ist da was oh gott ok ok schau mal wir hätten gleich den zombie da nehmen können und da in die ecke rein wie so ein kleines alles gut alles gut gleich mehr ja was ich sagen wollte da war von ihr so ein buch stück so ein loch da hätte ich den zombie nehmen können und ihn dann einfach da rein stecken ja ach so da müssen wir am anfang einfach zusammenarbeiten so und da macht das licht und einer greift ihn ins loch ja genau ah ja okay kann man schon mal so gut ich mache jetzt wieder das licht da schau da du kannst ihn da nehmen und dann nach oben setzen wo dann nach oben so jetzt kannst du loslaufen aber das ist doch die komitärs raus die eine taste glaube ich länger gedrückt halten von dem grabber ah ja okay aber wir haben zeit verschwendet ja egal egal wir machen das jetzt erstmal so oh da oben ist der sackgasse ja was 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 die mumie ist da oben oh nein oh nein es fängt schon so gut an oh gott wird das kaotisch leider das wird nie weiß ich glaube ich glaube nicht dass wird auf dieses level kommen das werden wir schon hinbekommen gucken wir ob das eine aufnahme wird ansonsten wir können nicht eine halbe stunde lang dasselbe spielen ja doch klar ein und dasselbe level ja jetzt bleibt doch einfach mal stehen ich will das heißt ich du brauchst eigentlich gar kein licht oh ne oh die zwei ein bisschen bei dir deswegen komm halt her so jetzt wenn ich dich raussetze so jetzt musst du halt ein bisschen aufpassen ja jetzt hast du alles verändert oh ich bin da noch dumm ich bin über die wand gelaufen ja okay 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 warte warte bleib dir stehen ja ja einfach rüber genau oh perfekt das ist der perfekte plan hier so jetzt du musst da wieder oben rum nein jetzt pack mich pack mich ach so ja stimmt jetzt pack mich pack mich pack mich ja aber ich muss vorsichtig sein oh oh ja 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 ungefähr oh mein gott oh mein gott habe ich mir jetzt gerade alles gut alles gut alles gut wir kriegen das wir kriegen das wir kriegen das jetzt komm her komm her komm her komm her komm her raus war doch einfacher als gedacht oh mein gott aber ganz ehrlich mir war auch nicht klar dass dass der grabber jetzt plötzlich licht hat ja aber jetzt haben wir es einfach rausgekunden during what you're watching these earth movies at the time academy ich sterbe schon yeah they were part of a human history lesson why i keep thinking about one in particular with the guy in the head in the head abraham lincoln in the head okay good gehst du dein grabber wieder ich hätte halt erst so gemacht dass wir erst mal nach dem pflicht schauen die sind schnell oh mein gott sind die schnell oh mein gott sind die schnell oh mein gott ja das war jetzt nichts oh mein gott was soll ich gar nicht nehmen hier ist ganz pure chaos leute wir haben gerade zuschauer hier links rechts das ist unglaublich oh gott oh gott oh gott okay jetzt wie gesagt erstmal mit dem licht schauen was überhaupt in dem level los ist bevor wir da einfach rein springen okay du nimmst jetzt einfach mal das licht und leuchtest durch ich nehme währenddessen die obvi kein problem machen wir so machen wir so die zombies wenn ich so pilen hä ja die drohne funktioniert ja natürlich auch wir haben immer noch die drohne ich hätte sie jetzt fast vergessen willst du die mal setzen weil sonst wird das ach ja mach sie an mach sie an achso ja das war jetzt nichts ja habe ich zu spät drin dass ich habe vergessen wie bei dir die drohne ausschaut ja jetzt kommt sowieso jetzt die ja das schaffen wir das schaffen wir wir brauchen für ein level immer nur ein paar versuche das ist einfach die drohne mit dem licht okay die mumien fangen von ganz oben an und kommen an hier dann solltest du eigentlich ohne die obis jetzt zusammen sofort ins eck laufen und da dein ding platzieren dass sie da oben bleiben ja ich kann doch nicht nach oben laufen ja anscheinend ich krieg nur eins habe ich gerade jetzt habe ich beide jetzt ja ich muss ja jetzt auch drauf passen wegen dem stein ah ist ok oh mein Gott das war halt schon wieder mal gar nichts oh das fängt ja schon super an okay du musst also wirklich eine straße komplett durchlaufen ja aber hast du gerade gesehen der steiner hat die mumie da gerade voll weggedrückt oh da kam eine zweite eine dritte meine ich oh Gott wollen wir vielleicht tauschen ja können wir gerne ja ok dann tauschen wir tauschen wir ja machen wir das so weil du ja besser weißt wo man die drohne hinsetzen muss wie setzt man die drohne leertaste oder äh ich weiß nicht wie es bei dir ist ja stimmt auch wieder na aber setz dich da einfach in die ecke genau und wenn dann der stein kommt du musst aufpassen der stein kommt nämlich bald äh würdest du die zombies die sind zwar schon hinter mir gell äh äh hallo achso sag doch du das hinter mir ja ich hab vergessen dass ich es hinter mir ist ganz ruhig wir kriegen das schon hin das kriegen wir hin das kriegen wir hin das kriegen wir hin das kriegen wir hin ich kenne dich nicht ich brauche nicht mal mehr Licht ich brauche nicht mal mehr Licht alles gut alles gut so wir haben jetzt die die komplett sollen wir die da unten ja ok gut jetzt muss ich hier unten genau 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 ähm 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 ja da ist eine Sackgasse der läuft da weg oh ja dankeschön 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 oh mein gott oh ist der da raus der ist da raus oh er kommt er kommt oh ja dankeschön oh ja du hast die drohne da jetzt richtig beschissen gesetzt weißt du das alles gut alles gut die kriegst du alle die kriegst du alle oh mein gott ich werde sterben ich werde sterben ich brauche kein Licht kümmert dich einfach oh Gott der kommt oh ok alles gut komm raus äh ne komm nicht raus kümmert dich einfach nur oh 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 das sind ganz schön viele oh 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 hol die anderen ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr holen hol sie hol sie hol sie hol sie hol sie grab mich grab mich oder komm raus yes du hast so probieren vor allem du holst die drohne du holst die drohne du nimmst die drohne ja die Ecke war halt richtig blöd gewählt du bist jetzt ok ist alles gut das ist eigentlich eine recht easy map also vom durchlaufen du darfst nur nicht zu oft hin und her laufen also mach das an einer Strecke du musst eh hochlaufen und wieder runterlaufen hast du eigentlich dein Denkstück selbst ja bei mir ja jetzt jetzt mach an so und jetzt behalt einfach dein Licht auf die Mumien ja ich versuch's ja danke ich hab nicht gesagt ich brauch kein Licht passt immer weiterhin drauf auf also einfach gehts ja kaum würde ich sagen ja aber passt weiterhin drauf auf das war vielleicht das war vielleicht oh Gott hey oh shit ok den hab ich jetzt nicht gekriegt ähm Akku 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 mach das Ding an und hol den Grabber oh alles warte 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 sooo nimm den Grabber kann ich da raus ja nimm den Grabber jetzt oh fuck hol mich raus oh ich hol nicht raus ich hol nicht raus oh Gott es wird zu knapp oh mein Gott es wird zu knapp nimm mich nimm mich nimm mich nimm mich nimm mich nn du das ich du da oh mein Gott oh mein Gott lauf du blöde oh mein Gott Das geht so gut. Oh mein Gott. Oh, ja, Spacetime Machine ist da- looking damaged. I'm afraid, okay. We can still use it though. You can still time shift, but we're keeping all the tools and maintain. Okay. Okay. Oh, we need to work together more than ever. Oh nein, nein. Nein, ich will nicht. Ich weiß nicht, mein Herz rast gerade wie wild. Das ist ein Adrenalin-Stoß. Aber die Idee mit dem Wechseln und dann zu greifen war ganz gut. Ja, weil das Licht ja sowieso schon an war. Ja, der Computer in der Spacetime Machine told me something weird. Analyzers revealed that the mummies are not organic beings. Was dann? Androids? Oh mein Gott. OMG. Okay. Okay, komm her, komm her. Ich kann dich gut locken. Ich bin mal jetzt Pac-Man oder wie? Ja, du musst hier locken. Oh mein Gott, was ist da? Ähm. Ja, das ist jetzt unten ein Stück. Ähm. Dann musst du jetzt hier rum locken. Ah! Okay. Ich krieg's hin. Ich krieg's hin und dann komm zu mir einfach wieder. Ja, ich lauf jetzt einfach hoch zu dir und den letzten. Ja stimmt, stimmt. Perfekt, machen wir zusammen. Weil wir sind beste Freunde. Weil wir beste Freunde sind. Vorsicht. Ja, ich mach das ja mit Absicht. Und dabei fallen die Gummien alle auf. So. Ich hab das schon mit Absicht gemacht um sie wegzulocken. Ist okay. Okay. Ich krieg noch ein Herz in den Volk wegen jetzt im Spiel. Das ist stressig. Oh mein. I don't get it. If the mummies aren't organic, then what are they? What are they? They, 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 they. Our computers say they are made of advanced synthetic tissue. Okay. Nice. Okay. No way humans of the era don't have this kind of tech. Ja. Ja. Wieso? Wenn es entwickelte Menschen sind. Wir müssen jetzt aufpassen. Hä? Wo? Achso. Unten. Okay. Ja. Warte. Nur eins erstmal aufmachen. Genau. Da kommen aber zeitlich auch welche. Ja. Aber jetzt. Da lauf einfach rein. Genau. Ja. Ich mach das auch. Genau. Und dann kann ich da schnell hoch. Genau. Oh oh. Die. Ja. Ja. Das war vielleicht ein wenig ungünstig, muss ich sagen. Ja. Ein bisschen arg ungünstig. Okay. Okay. Ja. Holt ihr den Orbi? Oh. Nein. Ich bin relativ weit unten. Ich bin fast schon alle draußen. Ja. Das ist ja auch mein Plan, dass ich alle draußen habe. Okay. Ja. Aber das Problem ist, ich bin halt immer noch tot. Ja. Ich komm doch jetzt und hol dich. Bisher kommen noch keine Mumien aus dem Raum. Ja. Ich glaube aus der Seite. Warte. Da sind gar keine Türen. Oh. Das war knapp. Aber jetzt kriege ich den Orbi. Hä? Warte. Der ist sogar nicht frei. Oh Gott. Ich geh da rein. Warte. Ich geh da rein. Warte. Ich geh da rein. Ich geh da rein. Ich geh da rein. Warte. Ich geh da rein. Warte. Ich geh da rein. Die muss jetzt noch rumlocken. Ja. Komm her. Ja. Alles gut. Ich kann den Orbi holen. Komm gleich zu mir. Komm gleich zu mir. Ja. Oder so. Das ist total geil. Das war jetzt leicht. Das hat jetzt funktioniert. Wir sind einfach noch schon so gut. Wir sind einfach ein eingespieltes Team. Was ist das? Genau. So. What is that? Shall we try communicating with it? Actually just run away. Ja. Ja. Ich würde auch sagen. Wo bin ich? Oh. 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 Okay. 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 Kein Stress. Oh mein Gott. Ohne Probleme. Scheiße. Unglaublich. Der erste, der gehört, dass der Time Academy nicht so war. Yeah, human fiction coming to life doesn't make any sense. So. Oh man. Oh nein. Okay. Nein. Geben wir einfach nicht hin. Scheiße auf das Eck. Ich hole mir alles. Ich hole mir alles. Oh mein Gott. Obwohl, kriegen wir es noch? Kriegen wir es noch? Was kriegen wir noch? Ja, dann. Warte mal, ich hole mich. Klasse. Klasse. Gleicher Gedanke. Synchron eingespielt. Dann wäre das wohl wahr. Ähm, okay. Oh, es kommt gut. Okay, da kommen die Steine. Alles gut. Alles gut. Okay. Die kommen raus? Nee, die kommen auch nicht raus. Dann müssen wir verschieben und so. Okay, also sammeln wir erstmal alles ein, was hier rumliegt. Und unten brauchen wir gar nichts machen. Ja, aber da kannst du ja noch hier das schieben. Halt 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 halt. Das ist ein Rätsel bestimmt. Ja. Äh, lock mal. Geh mal ganz dort in die Ecke. Ah, okay, 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 okay. Weiter, genau. Ah, 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 ah. Läuft das so. Warte, warte, der kommt wieder. Er kommt wieder. Ah, warum läuft der denn da so blöd? Ja, ich weiß es auch nicht. Warte, bleib da. Genau dort stehen. Weil er geht auf das, was am nächsten dran ist. Ja, geht auch nicht. Ah, fuck. Oh! Ja, das hättest du denken können. Ich hab ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Oh mein Gott, ist der schnell. Oh mein Gott, ist der schnell. Ist sowieso egal. Wir kriegen das nicht hin. Oh mein Gott, ist der schnell! Okay, jetzt müssen wir... Nochmal durchdenken. Was? Ja, was? Was müssen wir tun? Also da ist bestimmt irgendein Rätsel. Also dass wir den einsperren war schon mal eine ganz gute Idee. Ja, das ist schon klar, dass es ein Rätsel ist. Aber wir haben es ja bei Resident Evil mit den Glocken gemerkt, dass du ein Rätsel scheiße bist. Ey, ich mir... Es war einfach nur nicht klar, ob diese ganzen Glocken in diesem einen Raum waren oder in diesem ganzen Schloss. Du hast nicht mal die Glocken gesehen. Eine habe ich gesehen, die war auch ein bisschen glücklich. Du hast gar nichts gesehen. Warte, 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 warte. Der läuft aber da nicht rein. Können wir, wenn wir den ganz zu machen, bringt uns das gar nichts eigentlich. Dann lassen wir nur den raus jetzt. Nein, nein, warte kurz. Wir müssen den rauslocken. Nein, guck mal, wenn er wieder dort etwas näher hinkommt. So, jetzt versucht nochmal zu schieben dagegen. Ah, okay. Er läuft nämlich da die ganze Zeit so im Kreis herum. Dass man den schieben kann. Schau, jetzt läuft er wieder zurück. Genau, und jetzt? Ja, geht nicht. Ne, geht nicht. Drückt er dann wieder zurück. Ne, es lässt sich nicht drucken. Ja, okay. Ach so, es geht nicht mehr weiter. Nein, es würde schon weiter gehen, aber es lässt sich halt nicht mehr weiter drucken. Also, ich wäre schon dafür, dass wir ihn rauslocken. Aber das Ding ist, wir können halt nicht lupen. Ja, egal. Das ist echt schwierig jetzt. Wie machen wir das jetzt? Mit gut Glück und Rennen. Einer macht auf und der andere lockt ihn weg. Das wird nicht funktionieren. Jetzt, versuch einfach. Ja, ist okay. Ja, so habe ich das bei nicht gemeint, aber okay. Doch, wieso? Ich meinte den mittleren. Aber der ist langsam, oder? Ist der langsam? Ich habe keine Ahnung, ob der langsam ist. Ich übernehme mal die Lockarbeit und du... Ah, ich bin tot. Oh, 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 ähm. Ja, jetzt ist rum, würde ich sagen. Nein, nein, noch nicht. Glaub nicht. Jetzt ist rum. Oh, was ist dein Move? Sag ich doch. Ich klicke hin. Aber es könnte sein, dass ich zu spät ankomme. Komm schon, bitte. Komm schon, alles gut. Alles gut, alles gut. So, ähm. Ja, ich... Ja, jetzt... Ah! Ich gehe gerade weg! Ah! Okay. Komm zu mir! Komm zu mir! Das war nicht so gemeint. So habe ich es nicht gemeint. Vorsicht, wegen dem Stein, der kommen könnte. Ja! Ich hoffe es! Ich lasse ihn jetzt frei, den anderen Du-Lock stehen jetzt im Kreis. Irgendwo. Nicht zu mir am besten. Ich muss nämlich den anderen locken. Ich muss nämlich den anderen locken. Da muss jemand... Ah! Hol weg! Hol weg! Hol weg! So, lauf du noch um! Komm her! Lass du noch um! Wieso kommst du nicht her? Oh Gott! Achso! Achso! Okay! Es war nicht nötig! Oh mein Gott! Es wird so heiß, ey! Das ist so heiß schon den ganzen Tag! Aber oh! Das treibt die Temperaturen noch weiter hoch, Leute! Ich fange auch langsam schon an zu schwitzen! Gut! Ist es jetzt hängen geblieben? Ist es jetzt hängen geblieben? Ich glaube es ist hängen geblieben. Druck mal du um die Taste! Ich glaube es ist hängen geblieben! Nice! So! Was soll ich jetzt machen? Was ich jetzt machen muss? Ja! Ich muss... Reagiert nicht! Oh! Okay! Dann... Was wir jetzt machen ist... Wir sehen uns sowieso gleich wieder! Weil ich bin fähig zu schneiden! Deswegen... Bis gleich! Schau mir hier nicht irgendwas an! Kalt! Was gar nicht passiert ist! Servus Leute! Wir sind wieder da! Genau das lasse ich drin! Das Taschenbaum! Okay! Dann lass es halt drin! Schau mir aus! So! Wir haben es geschafft! Jo! Wir haben es geschafft! Oh Gott! Das ist mein gut feeling! Okay! Oh! Das ist ein ganz schneller! Oh mein Gott! Das ist... Warte! Wir müssen da einen Zickzack-Mustern! Den mache ich jetzt rechts! Ja! Mach du einfach was du möchtest! Und ich hole den! Ja! Wir haben... Du weißt schon wie ein Zickzack aussieht! Oder? Gibt es keinen Zickzack mehr! Warum hast du das jetzt gemacht? Ja! Es ging nicht! Es ging nur in eine Richtung! Also entweder... Warum denn? Du hättest doch von der Seite dann kommen müssen! Achso! Ich kann nicht da unten... Achso! Also wurscht! Das war jetzt so genial von dir! Ja! So! Also... Es... Einer lockt ihn raus in dem Ding! Ja! 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 Dann... Komm! Und dann vorbei! Warum soll ich rein? Oh! Jetzt bin ich tot! Warum denn rein? Du hättest doch einfach nur rauslaufen können! Du hättest einfach dann vorbei laufen können! Du hättest einfach dann vorbei laufen können! Du hättest einfach dann vorbei laufen können! Ja! Ich zick dir hier gleich rum! Ja! Das zickzack Muschel! Ja! Das zickzack Muschel! Ja! Das zickzack Muschel! Warte! 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 Ja! Mach doch nicht so ne Hektik! Die zwei kann ich ja machen ohne Probleme! Ja! Und dann machst du hier gleich Blödsinn! Ich frag mich grad, ob ich ihn einsperren kann! Warte mal! Ah ne! Dann könnt ihr ihn bloß in dem Raum da hinten einsperren! Das war scheiße! Welchen drück ich jetzt nach vorne? Ich glaub den hier bestimmt! Ja! Ah! Ne! Doch! Und jetzt den zur Seite! Ja doch! Geh du weg! Nein! Einer! Willst du ihn locken? Ja! Ist mir egal! Ja dann lock du ihn! Das ging jetzt schnell! Verzeihung! Der ist super flink der Zombie! Unglaublich! Der ist super flink! Der ist nicht so gelaufen wie geplankt! Wir müssen da glaub beide sofort rein! Wir müssen da sofort auf die drei Orbeys laufen! Irgendjemand muss irgendwas tun! Ich hab's schon begriffen! Ja! Es geht nicht! Ja! Es geht nicht! Ja! Es geht nicht! Alle an einer Seite ist wahrscheinlich die beste Wahl! Warum denn an einer Seite? Weil du dann hier mit denen rum rum rennerkarsch! Ja! Aber so weit kommen wir ja eh nicht! Aber ja! Es ist okay! Ähm! Warte! Lass mich schnell dir einen holen! Alles gut! Bevor du jetzt noch aufzusehen was warst! 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 Los! Oh die! Oh die! Oh die! Oh die! Oh die! Oh das war's! Gör политie! Ich glaube ich bin langsamer als du. Ja, ich bin langsamer als du. Schön, da kriegen die jetzt nicht mehr raus. Ja doch, doch, schau! Du... Nein! Du hättest doch einfach zu mir laufen müssen, und wir hätten das bestimmt geschafft. Ja, ich hätte einfach... Ja, einfach einfach. Weil das Spiel ja so einfach ist. Wir machen das echt gut. Aber ich bin langsamer. Ich bin langsamer im Rennen, habe ich das Gefühl. Ich habe ja auch das Gefühl, ich weiß nicht wieso. Ja, dann müssen wir schauen, dass er dich verfolgt. Aber du bist doch nicht langsamer. Ich habe das Gefühl, als wäre ich langsamer. Du bist nicht langsamer. Warte, komm, wir gehen mal da ganz hinten in die Ecke. Ja, ist okay, auf 3, 2, 1, los! 3, 2, 1, los! Wieso, ich bin langsamer? Weil du links und rechts lauschst! Ich glaube, ich will langsam. Mein Gehirn arbeitet langsam. Ja, dein Gehirn arbeitet langsam. Jetzt hast du den Beweis dafür. Du hast den Beweis jetzt dafür, dass mein Gehirn langsamer arbeitet. Ist okay. Hättest du dir nicht rauslocken können. Lock ihn raus, lock ihn raus, lock ihn raus. Oh! Jetzt nehmen! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Aber das war jetzt nicht gut von dir, dahinter zu stehen beim Eck. Achso, da ist eine Sackgasse. Ja! Egal, egal, siehst du? Ohne Probleme! Siehst du? Ah, genau richtig von mir! Easy! Wie gesagt, mein Gehirn arbeitet langsam. Wir haben nicht den Beweis dafür. Verschoben. Ja. So shifted. Good to see you, my young friends. Haben wir jetzt wieder Weckzeuge? Hoffe ich mal. We rescued a lot of Orbeez. Did they fix? Did they fix everything? All tools are operational again. Again. Yay! Hopefully we can solve the mystery of how they went missing. Okay. Okay. Let's go! Einfach nur okay? Ja, wie schon gesagt, machen wir das. Ja, also einfach okay. Ich will lieber ohne Werkzeug machen. Das ist so viel leichter. Ja, ohne Werkzeug ist wirklich ein Problem. Jetzt ist es schön, alles dunkel. Ist everyone excited about getting your machine to us back? Nein! Nein, wirklich nicht. Noch mehr? Ich schwöre Gottes. Ja, let's go rescue the Orbeez. Also, nicht. Okay. Das wird schrecklich. Oh mein Gott. Also, du musst auf jeden Fall den hier in der Mitte verschieben, dass du an die zwei hin kannst. Und du musst den eigentlich sogar eher nach außen. Das heißt, vielleicht dehnen sogar zwei vor und dehnen eins raus. Dann kommen schon alle auf der anderen Seite genauso. Du hast den eingeschmitten? Das war jetzt sowas von aus Versehen. Kannst du? Du kannst jetzt den auch noch einspannen, indem du das zu... Aber dann kommst du da... Egal. Versuch was einfach mal. Wenn du das isst. Ach, die Zombi... Oh, ja jetzt. Mach an, mach an, mach an, mach an. Das sind alle drei, die rauskommen. Okay. Alles gut, alles gut. Sammle du mal die Orbeez im Dunkeln ein wenig und dann... Vorsicht, da ist noch ein Zombie irgendwo eingeklemmt. Ja, der eingeklemmte da oben. Noch einen, oder nicht? Nein. Ah, okay. Nur der, ja geil. Der easy, das ist... Ja, genau. Ah, das war ja eine Einsteigerrunde hier. Nach dem, was du uns schon vorgesetzt hast. Ja, es war jetzt halt nur gut, dass ich jetzt in einen aus Versehen eingequälscht habe. Es tut mir leid, aber auch irgendwie nicht. Die Orbeezer sind ziemlich smart. Do you raccoon? Raccoon? They wanted us to visit Earth. What? Hat das Godzilla gegeben? Nein. Nein. You think... Did they not consider how do we feel about this crazy planet? Ja, Raccoon ist ja auch so ein Militärausdruck, aber... Ja, keine Ahnung. Ähm... Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Nur mal einfach mal. Solange die da oben stehen bleiben, ist alles gut. Ja, okay. Aber ich habe Angst, dass irgendwie eine Tür aufgeht. Ja, eine Tür wird wahrscheinlich ein Zombie bringen, hundertprozentig. Immer noch Mumien. Du bringst mich durcheinander. Ist doch. Du bringst mich da durcheinander. Wir können die schnelleren Mumien Zombies nennen und die langsame Mumien Mumie. Und die anderen neben mir Klopapier. Und die anderen neben mir Klopapier. Genau. Und dann müssen wir gucken. Da unten kommst du noch hin eigentlich. Ja, und wie komme ich da rein? Und dann den Grabber. Nein, ich muss da außen rum. Warum der Grabber? Dann muss ich den Grabber nehmen. Warum? Ich zeig dir wieso. So, ich muss in das eine Ding da reingesetzt werden. Na, du. Ich setze jetzt nirgendwo rein. Ich setze alle anderen da rein. Ja, wo willst du die reinsetzen? Oh mein Gott, das ist so genial. Das ist so schlau von dir. Das ist ja kaum zu glauben. Das ist ja kaum zu glauben. Ja, dass du so ein Genie bist. Was ist los? Ich hätte mich da jetzt reingesetzt und du warst jetzt so schlau, dir da hinzutun. Ich bin so stolz auf dich. Nur der Akku ist jetzt leer. Da brauche ich ja nicht mehr. Ja doch. Du musst mich da reinsetzen. Nimm mich und lass mich da rein. Achso, stimmt ja. Ja. Das war... Applaus. Dankeschön, dankeschön. Für deine Genialität. So. Bin ich jetzt richtig stolz auf dich. Ganz in Ruhe. Arbeiten. Ja. Oh. Alles gut. Alles gut. Ja. Ja. Alles gut. Ich habe dich nur in die letzte Wand gebracht. Das war wichtig. Wer steil nicht drüber kommt, wer ist die Druckstoffe. Ja. Wahrscheinlich schon. Obwohl ich wer da rauskam. Ja. Richtig stolz auf dich. Das kannst du gar nicht glauben. Big brain time. Ja. Und du hast dein Haar von mir. Die Brallhaare. Von Hund. Von Hund. Oh wow. Oh. 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 Ich habe irgendwas richtig vorgelesen gerade. Ja. Ich glaube auch, dass du das richtig vorgelesen hast. Ich glaube auch, dass du das richtig vorgelesen hast. Ich habe aber auch gerade echt gar nicht aufgepasst. Ähm. Das wollte ich jetzt gerade nicht verstehen. Aber das ist ja. Oh ja. Jetzt wird es eh. Der ist ein wenig fix. Aber nicht schneller als du bist. Oh. Okay. Überzahl würde ich sagen. Ist da noch ein Durchgang? Ich glaube nicht. Nope. Okay. Die kommen nicht. Und sogar noch Geister. Was? Geister? Ja da. Geister. Nein. Oh mein Gott. Das müssen wir jetzt richtig schnell machen. Also ich gehe zum Licht. Das ist okay. Lass mich laufen. Ich habe außerdem vergessen die Drohne. Ich habe davon eine Öffnung. Jetzt hast du keine Öffnung. Das ist jedes Mal random. Ich habe vergessen. Wir haben eine Drohne. Ja stimmt. Wir haben sie beide gerade gar nicht eingesetzt. Ja stimmt. Dann musst du deine gleich irgendwo setzen. Gut. Ja das war... Egal. Egal. Solange du an die Hobbys kommst. Unwünschtig und unerbiegt. Okay der zweite Schein da raus. Er kommt natürlich da raus. Soja. Der eine macht mir weniger Probleme gerade. Ähm. Die sind alle draußen gerade. Ja ist doch kein Problem. Ich habe alle Hobbys. Ich habe alle Hobbys. Ich habe alle Hobbys. Ich habe alle Hobbys. Komm raus. Das war jedes Blocker. Ja. Das war ja easy. Okay. Aber dass sie alle auf einmal raus kamen. Ich glaube wir waren einfach nur beim letzten Mal wo wir gespielt haben einfach nur... Fertig. Ja müde und kaputt und fertig. Das kann sein. Ja. 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 Ich will keine Anzeige wegen sexuellen Überlassungen Leute. Das kommt nicht von mir. Wenn dann eröffne ich eine... Jetzt kommen wir mal weiter. Ja. Ja. Was sind wir jetzt? Sind wir jetzt Aliens die irgendwie... Reduce Licht. Ich verstehe es auch noch nicht. Ich verstehe es auch noch nicht. Ich verstehe es auch noch nicht. Ja. Was ist hier? Erstmal glaube ich reinsetzen. Oh Gott. Ja. Ne. Da kannst du drumherum laufen. Oh nein. Das wird so gaudig. Du musst du deine Drohne irgendwo setzen. Du musst du irgendwo deine Drohne erstmal setzen. Hab ich. Alles gut. Was passiert? Ja. Alles. Mein Akkus leer. Mein Akkus leer. Lauf. Lauf. Ich werde sie nicht zurückhalten. Oh mein Gott. Was? Es hätte fast funktioniert. Das muss man dazu sagen. Aber ich glaube wir können das sogar so, dass wir kein einziges dieser Fußplan treffen. Aber ja. Einfach komplett durchrushen. Und alle Dinger aufmachen. Okay. Du darfst nochmal. Du darfst nochmal. Aber das war... Das war grad schon gut. Das war schon gut. Ich sage ja. Du musst nur irgendwo unten in die Ecke reinsetzen. Oh nein. Oben in die Ecke. Oben in die Ecke am besten. Weil später wenn die ganzen Mauern weg sind, dann ist es blöd, wenn es gleich neben mir ist. Oh fuck. Okay. 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 Sorry. Das war... Das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh nein. Das war jetzt einfach auf sich sitzt. Warte Ecke. Ja jetzt musst du nur noch zu dir. Warte Ecke. Warte Ecke. Aber auch nur wegen deiner Karotte Haarung. Was ist jetzt los? Mach mal. Mach mal. Ja. Okay. Ich mach mal und du... Ja. Da drüben muss grab werden. What the fuck? Okay. Gut. Ja. Was kommt jetzt? Was kommt da raus? Oh. Oh. Okay. Okay. Ja. Perfekt. 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 Genau. Wir machen das erstmal mit dem Grabber. Dass du da in diese Punkte reingehst. Ja. Machen wir es euch mit dem Grabber. Genau. Also. Also. Ich geh hier rein. Ich nehm dich. Sag. Pack mich hart. Mach ich schon. Bin schon dabei. So. Mach mal. Und so. Kann ich glauben. Oh. Sein Akust. Ja. Sammle einfach rein. Ja. Komm her. Was machst du? Wieso tust du den draus? Ich wollte ihn da abpassen. Ich wollte ihn da rein setzen. Ich sehe halt nichts. Das ist halt... Ich kann den Preis drauf haben. Ja. Warte. Ich kann es nicht. So. Tust du dein Ding mal nehmen und woanders machen? Perfekt. Das ist ziemlich chaotisch jetzt. Äh. Warte. Äh. Warte. Ja. Jetzt kommt der geist. Jetzt kannst du mich nicht mehr grabben. Du musst mich nämlich noch mal grabben. Hier oben ist auch noch alles. Ja. Warte. Bleib dort oben. Ich mach das schnell an. Ja. Jetzt steig ich aus. Ja. Und dann da der zweite Geist kommt. Grab me. Grab me. Oh mein Gott. Du musst mich gleich sofort wieder grabben. Ja. Das war nichts. Das war beim runtergehen hatten wir ja. Das war nichts. Okay. 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 Das war so richtig schlecht. Also. Warte ich. Ich geh gleich dahin. Lass mich nur hochheben. Genau. Genau. Lass. Lass mich fallen. So. Achso. Nicht stehen. Perfekt. Und raus. Ja. Lass mich einfach fallen. Perfekt. Yes. Wir haben es gut. Das sollte eigentlich. Äh. Tust du dein Ding setzen? Ja. Nicht zu viel einsetzen. Dahin ist noch ein Orbi. Verdammt. Du musst das Ding umstellen. Ah. Das war schon wieder scheiße. Hey. Warum? Das war schon wieder scheiße. Warte mal. Oh. Entschuldigung. 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 Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ja. Du musst. Du hättest laufen können. So. Warte. So. Jetzt. Lauf. 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 Hohl den Orbi. Und nimm ich. Oh. Nein. Das war so. Millimeter. Das war nur Millimeter. 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 Ja. Ihr kommt dann Stimmbruch. Ja. Gut. Lass mich los, lass mich los! Lass mich los! Sorry, du hattest schlecht. Ja, setz dein Ding gleich irgendwo hin. Nicht gleich kotzen, gell? Guck einfach, dass du auf dem anderen drauf bleibst. Ich guck, dass ich sie beide vielleicht sogar in eine Richtung locken kann. Jetzt kommt dann der Geist, der ist nicht besser. Ja, ja. Wir haben ja noch zwei. Jetzt kommt der Geist. So, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus! Oh, 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 oh! Ja, Grabber, 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 du brauchst den Grabber! Fuck me! Nein! Das war das Falsche! Das hab ich gepackt, ja. Das war das Falsche. Jetzt muss ich nur noch raus. Ja, ich hab's versucht. Warum fängt das immer so gut an bei uns? Gut, du machst den Grabber. Ich lauf jetzt einfach blöd durch die Gegend. Ich möchte blöd durch die Gegend laufen. Lauf du blöd durch die Gegend laufen, danke schön. Ja, ich lauf da schon hin. Ich lauf hier schon. So, komm, das kriegen wir. Ja, das kriegen wir. Ja, bleibst jetzt! So. Mach an! Danke schön! Nocospa! Warte, oh, warte, warte! Und so. Ja, genau. Das ist ganz schwer. Warte. Und... Oh, shit! Da kommt immer den Geld mal. Komm, zack. So, und jetzt geh ich rum. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft! Du hast die Sporte vorgegeben! Wo geht? Nein, sorry! Damit hab ich nicht gerechnet, dass du da durchkommst. Nein, ich hab's aber noch geschafft. Ah, das war jetzt. Ah, aber wir hätten's noch geschafft. Deine Stimme quietscht gerade immer wieder. Ja, ich quietsche immer wieder. Oh no, another one of these giant fake god things. Wait out, who's are gone? Oh ja, keine Nachfrage mehr, ja. We did it together before we all do it again together. Oh, god. Zum Glück keine Nachfrage mehr. So. Also. Run! Hast du's grad gelesen? Ich bin ja schon dabei. Automatic Time Reverse Activator, was? Was war das jetzt? War ich zu lange tot? Waren wir beide zu lange tot? Ja, aber ich hab mich doch gerade gerettet. Sieht das hin? Seltsam. Okay, wir versuchen's nochmal. Also. Das ist geil wieder. Komm zu mir. Komm zu mir. Oh, nein. Das macht's nicht. Ja, ja. Das macht's super. Das macht's super. Klasse macht's. Ja, ich weiß. Ich bin auch stolz auf mich. Ja, du bist super. Ja, klasse, klasse. Du bist super. Alter, kein egal. Nein, so ein Spieltod. Ähm, ja. Ja, warte mal. Ich glaub dann gehen die ganzen Mauern weg. Ähm, ja. Das war's. Ach, scheiße. Ach, ja. Aber noch nicht so schnell. Ach, der hat die Tür auch aufgegangen. Verdammt. Ich hab's nicht gesehen gehabt. Also weiter. Okay. Ja, also. Gleich wie vor uns. Gleich wie vor uns. Gleich wie vor uns. Einfach. Du machst genau das gleiche wie vor uns. Das hätte schon passt. Das hätte schon passt. Was machst du da? Ich versuche... Vielleicht da... Du das weg. Geh weg! Aktiviert die Fußpedalen! Lass mich die Zombies rumlocken. Ja, okay. Aktiviert du die ganzen Fußpedalen. Ja. Ich mach das schon. Alles gut. Ich eigentlich nicht. Ja, okay. Das geht nicht. Der geht schon mal zu mir. Der kommt auch zu mir. Ja, gut. Der kommt auch die Dick durch! Ach, ich bin tot, ja. Scheiße. Okay, den Geistkontinett. Ja... Warte. Da ist schon was aufgegangen. Warum ist das jetzt aufgegangen? Ich hab keine Ahnung. Aber du bist tot. Ja, natürlich bin ich tot, aber... Oh, go, go, go! Julia. OH! GO, GO, GO GO! Holy . Holy Holy ! Scheiße, die Tür sind auf! Die Tür sind auf! Oh, Mann! Wie kann man so viel Peich und Glück haben? Also. Anubis, hierher, der folgt dir. Ja, der Schneider kommt auch noch her, perfekt. Oh, das habe ich vielleicht wegen Scheiße gemacht. Eins von diesen Geisterdingern muss da so gesehen auf diesen Pedal drauf stehen. Ach so, oh Gott, du bist am Arsch. Ja, natürlich bin ich am Arsch. Was soll ich da machen? Ah, Mann, das geht es doch nicht, dass wir das nicht hinkriegen jetzt. Ich habe den Orbi nicht bekommen. Außerdem ist es ein Spiel für zwei. Also von dem her bin ich nicht immer alleine schuld. Ja, ich habe die anderen zwei geholt. Da hat sich was geändert. Ja, die hat sich geändert. Und du einfach weiter. Und du einfach weiter. Au, 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 au. Das wird knapp. Ja, ja, passt, passt, passt. Soll ich die holen? Soll ich die letzten noch holen? Ja, du musst die Orbi holen. Oh, fuck. Nein, ich warte schnell genug. Ja, das war's. Das war's. Ja, natürlich. Moin, die kommt da noch rum. Ist der Anubis ein kleines bisschen schneller als wir? Kann das sein? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, perfekt. Ja, komm her, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ich hol's jetzt eins. Der Anubis folgt mir. Der Anubis folgt mir. Ja, ich bin tot. Und alle Orbi sind weg, aber die Mauern sind noch da. Also Musch... Warte, 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 warte. Ja, ich mach extra langsamer. Äh, nein, du darfst nicht langsamer. Wenn der Geist schnell rauskommt, dann warst du's. Erstmal, dass wir sie mir folgen. Du hast's doch schon. Also, geh einfach zu mir. Ja, jetzt hab ich's, aber... Da. Geht doch. Was war da jetzt so schwierig? Lass mich doch einfach in Ruhe, okay? Lass mich doch einfach ein bisschen in Ruhe. Lass mir mal Zeit. Alles gut. Danke, meine Freunde. Alle Orbeys verloren in Ägypten sind zurück. Okay. Das war eine verrückte Erfahrung. By the way, you should take a look at these Orbeys. Kann man die nirgends irgendwas machen? Yes, somebody mean temperate with them. They can't communicate. Oh, I did think they were being a bit quiet. I should do my best to help them. Okay. Hä, wofür? We believe they are abducted by an unknown mean species. 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 What makes you think that? Keine Ahnung, die sind überall verstreut in komischen Androiden, Mumien, Labyrinthen, was weiß ich. It was like someone was re-creating human befuddling in real life. Yeah, es ist synthetisches Material. Keine Ahnung. Someone created synthetic mummies, ghosts, and gods to try to stop us. That's very disturbing. We could have done this. Keine Ahnung. The part we haven't figured out yet. Maybe in the future we will. We're already in the tube. Yeah, actually. Such dedication. You bring pride to the intergalactic time academy. Oh man. Oh, how else can we have now that all the Orbeys are back? We can do everything again. You can keep your co-op skills alive and work through more training. Enter the space-time machine and attempt the infinite trials. Oh god. We do them together? Yes. See how many trials you can complete in a row before being returned. Oh god. Zeit? Sounds fun. Also, before we die dead, so viele, wie wir nachher noch machen können. Okay. Dann geben wir mal unser Bestes. Was nicht sehr gut ist. You can also retry each zone again with a different number of companions. The challenge you face will seem different. Okay. Also, ob sofort. Ist es jetzt so gesehen nur noch das gleiche? Ja. Gehen wir mal ein mal rein. Probieren wir noch aus. Ja. Und dann schauen wir mal, ob es jetzt andere Level aussehen. Das fragen wir mal. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, so wie ich es verstanden habe. Ja, ob es immer wieder die gleichen Levels sind, die wir jetzt schon gespielt haben, ob die halt neu aufgebaut worden sind. So und der meine. Get ready for trial number one. Okay. Ja, das sieht so ähnlich aus wie das ganz am Anfang. Weißt du noch? Ja. Also, ich glaube es geht jetzt einfach nur darum, das Ziel überleben zu sehen. Oh. Gleich geister? Gleich geister ist hart. Oh mein Gott. Gleich viele geister sind noch härter. Zwei jetzt. Keine Panik. Keine Panik. Es ist ja noch ganz leicht. Ich habe alles im Dunkeln. Ich habe alles im Dunkeln. Du brauchst nicht zu mir leuchten. Du brauchst nicht zu mir leuchten. Ich habe zu mir. Bleib einfach bei dir. Oh shit. Oh shit. Ja. Gut. Oh shit. Also wenn wir. Oh. Ähm. 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 Oh mein Gott. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh mein Gott. Jetzt regst du dich so auf. Das ist das erste Level. Wieso? Du bist die erste Person in der OIC. Wir haben doch erst gerade angefangen mit der Aufnahme. Was ist das? Jetzt kriegen wir nur Laser-Barrieren. Was für Laser-Barrieren? Es ist ja nicht dunkel, also wozu brauche ich? Wir haben gar keine Werkzeuge. Aber vielleicht sollte man die Krone haben. Achso. Das sehen wir jetzt gleich, wie du sagst. Ja, ich bin schon tot. Du siehst? Siehst? Ja, ich bin schon tot. Nein, Gott. Immer diese unnützen Leute. Oh scheiße. Ja. Ja. Immer die unnützen Leute. Immer die unnützen. Alles gut? Was ist los? Ja, aber pass auf, da ist eine Sackgasse. Ja, ist doch gut. Hopp, 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 hopp. Hier ist keine Sackgasse mehr. Ich versuche sie herzulocken. Sie kommt zu mir, sie kommt zu mir. Oh, oh, da kommt noch mehr zu mir. Hä, wie kommen wir da rein? Ähm, ähm. Ja, Scrabber? Nein, oh, die Kiste. Ja, genau. Das ist ja das. Oh, du musst sie erst weglocken. Okay, ja. Ja, das wird nichts. Ja, das wird... Ja. Das. You beat one trial. Nice. Das finde ich klasse eigentlich. Ja, Leute. Es ist so traurig. Es sind noch eine Viertelstunde. Ich weiß gar nicht, wie ich es mache. Also, vielleicht hänge ich das auch an die andere Folge hin einfach. Dann haben wir eine Dreiviertelstunde Folge. Ja, machen wir es lieber so. Weil sonst haben wir eine Viertelstunde und eine halbe Stunde. Das bringt auch nichts. Du kannst ja schneiden. Ich kann ja schneiden. Du kannst ja schneiden. Ich mach das so. Gut, dann machen wir das so. Gut, Leute. Dann ist das jetzt wirklich das Ende von der Folge. Ich sag einmal, falls es euch gefallen hat, gibts ein Like über den Abo. Würde mich auch immer sehr freuen. Ihr wisst, das Support ist kein Mord. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge. Macht es gut. Servus. Bye. Bye.